Musik 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 Wie Murwolf mit Rohr Krass Das war's. Ja, du bist am Jagen. 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 Ein paar Toll, die kann man hier auch hören. Ja, du bist am Jagen. 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 Heute ist das Wetter gar nicht so schlecht, wir sehen es relativ gut. Alcao y Tissucato. Alcao Neus immer wieder, den kenne ich auch. Sehr speziell, sehr speziell. Hier ist die Uhr, die Uhr ist offen. Jetzt haben sie irgendetwas. Es ist halt auch immer wieder speziell. Hier sind die Induzi. Hier ist eine Sachenpost. Hier hinten sitzt der Mönch. Hier sind wir auf Uahim. Hier sind all die Buddhasen. Heute sieht man sehr gut. Aber wir fuhren hin. Hier sind die Uhr. Hier sind die Uhr. Das ist ein Liebling, ein Liebling. Das ist ein Liebling, ein Spezial. Das ist eine Kugel. Jetzt wird es langsam klar. Hier unten ist die Blue Mountain. Jetzt gehen wir hier durch ab. Hier ist der Kranen. Genau, dort hinten wird gemolnt. Blue Whale. Alles klar. Immer dort hinten bis... Ist das Takiab oder Kautau? Ich kann es gerade nicht sagen. Das ist Takiab. Ich kann es nicht sagen, Hilton zu Hilton natürlich. Jetzt gehen wir zur Beach. Wirklich schönen Eindruck von all den Äußer. Wirklich schönen Eindruck. Angenehm. Wie so die Nächsten Hotels. Wirklich schönen Eindruck. Ja. Also, Hua Hin wächst. Hier ist unser Gebäude. Vor allem dank der Blue Whale. Ich gehe wieder einmal auf die Schwimmermission. Hier vorne komme ich mit drei Schweizer. Hier hinten ist noch die Ari. Let's go swimming. Wieder einmal Pilot aus der Aufnahme, wo lange keine Leute hier oben sind. Einfach, dass sie wieder einmal unseren Urwald sehen. Nicht übertrieben. Man hat wirklich das Gefühl, man bewegt sich in einem Urwald. Ist einfach so hell. Grün, grün, grün und nochmal grün. Danke.